Textbuch, Kapitel 17, Die Vergebung und die heilige Beziehung, Nummer 2, Die Welt, der vergeben ist, Zeite 352 bis 354. Kannst du dir vorstellen, wie schön dir die, denen du vergibst, erscheinen werden? In keiner Fantasie hast du je etwas so Liebliches gesehen. Nichts, was du hier siehst, sei es im Schlaf oder im Wachen, ist auch nur annähernd von einem solchen Liebreiz. Und nichts wirst du wie dieses schätzen, noch wird es dir so lieb und teuer sein. Nichts, an das du dich erinnerst und das dein Herz vor Freude jauchzen ließ, hat dir je auch nur einen kleinen Teil des Glücks gebracht, das dieser Anblick dir bringen wird. Denn du wirst den Sohn Gottes sehen. Du wirst die Schönheit schauen, auf die der Heilige Geist so gerne schaut und für die er dem Vater dankt. Er wurde erschaffen, um dies für dich zu sehen, bis du lerntest, es selbst zu sehen. Und seine ganze Lehre führt dazu, dass du es siehst und mit ihm dankst. Diese Lieblichkeit ist keine Fantasie. Sie ist die wirkliche Welt, strahlend, rein und neu und alles glitzert in der hellen Sonne. Nichts ist hier verborgen, denn allem ist vergeben worden und es gibt keine Fantasien, um die Wahrheit zu verbergen. Die Brücke zwischen jener Welt und dieser ist so klein und leicht zu überqueren, dass du nicht glauben könntest, dass sie die Stätte der Begegnung so verschiedener Welten ist. Doch diese kleine Brücke ist das Stärkste, was diese Welt überhaupt berührt. Dieser kleine Schritt, so klein, dass er deiner Aufmerksamkeit entgangen ist, ist ein Riesenschritt durch die Zeit in die Ewigkeit hinein. Über alle Hässlichkeit hinaus in eine Schönheit, die dich bezaubern und deren Vollkommenheit nie aufhören wird, dich ins Staunen zu versetzen. Dieser Schritt, der kleinste, der je getan war, ist dennoch die größte aller Leistungen in Gottes Planen der Sühne. Alles andere wird gelernt, diese aber wird gegeben. Diese aber wird gegeben. vollständig und gänzlich vollkommen. Keiner außer ihm, der die Erlösung geplant hat, kann ihn auf diese Weise vollständig machen. du lernst die wirkliche Welt in ihrem Liebreiz zu erreichen. Die Fantasien sind alle aufgehoben und nichts und nichts und niemand bleibt noch durch sie gebunden und durch deine eigene Vergebung bist du frei zu sehen. doch was du siehst, ist nur, was du gemacht hast mit dem Segen deiner Vergebung darauf. Mit diesem letzten Segen des Gottessohnes auf sich selbst hat die wirkliche hat die wirkliche Wahrnehmung die Wahrnehmung die Wahrnehmung wird keine Bedeutung mehr haben, wenn sie vervollkommnet worden ist. Denn alles, was zum Lernen verwendet wurde, wird keine Funktion mehr haben. Nichts wird sich je verändern. Weder Wechsel noch Schattierung, weder Unterschiede noch Variationen, die die Wahrnehmung möglich machten, werden dann noch auftreten. Die Wahrnehmung der wirklichen Welt wird von so kurzer Dauer sein, dass du kaum Zeit haben wirst, Gott dafür zu danken. Denn Gott wird den letzten Schritt rasch tun, wenn du die wirkliche Welt erreicht hast und für ihn bereit gemacht worden bist. die wirkliche Welt wird einfach durch die vollständige Vergebung der Alten erlangt, jener Welt, die du ohne Vergebung siehst. Der große Wandler der Wahrnehmung wird mit dir die sorgfältige Erforschung des Geistes unternehmen, der diese Welt gemacht hat und dir die scheinbaren Beweggründe aufdecken, um deren Willen du sie gemacht hast. Im Licht der wirklichen Vernunft, die er dir bringt, wenn du ihm nachfolgst, wird er dir zeigen, dass es hier überhaupt keine Vernunft gibt. Jeder Punkt, den seine Vernunft berührt, wird in Schönheit lebendig und das, was im Dunkel deiner mangelnden Vernunft hässlich erschien, wird plötzlich zur Lieblichkeit befreit. Nicht einmal das, was der Sohn Gottes im Wahnsinn gemacht hat, kann ohne einen verborgenen Funken Schönheit sein, den die Sanftmut freisetzen kann. Diese ganze Schönheit wird erstehen, um deine Sicht zu segnen, während du die Welt mit Augen der Vergebung ansiehst. Denn die Vergebung verwandelt die Schau buchstäblich und lässt dich die wirkliche Welt sehen, die still und sanft über das Chaos hinweg reicht und alle Illusionen, die deine Wahrnehmung verdreht und auf die Vergangenheit fixiert hatten, beseitigt. Das kleinste Blatt wird zu einem Wunderding und ein Grashalm wird ein Zeichen von Gottes Vollkommenheit. Von der Welt, der vergeben ist, wird der Sohn Gottes leicht in sein Zuhause emporgehoben. Und dort erkennt er, dass er immer in Frieden dort geruht hat. Sogar die Erlösung wird ein Traum werden und aus seinem Geiste schwinden. Denn die Erlösung ist das Ende der Träume und wird mit dem Abschluss des Traumes keine Bedeutung mehr haben. Wer, der wach im Himmel ist, könnte träumen, dass je ein Bedürfnis nach Erlösung bestehen könnte? Wie sehr willst du die Erlösung? Sie wird dir die wirkliche Welt geben, die vor Bereitschaft bebt, dir gegeben zu werden. Des Heiligen Geistes Eifer, sie dir zu geben, ist so groß, dass er nicht warten möchte, wenngleich er geduldig wartet. Begegne seiner Geduld mit deiner Ungeduld über die Verzögerung deiner Begegnung mit ihm. Geh freudig hin, deinem Erlöser zu begegnen und geh mit ihm vertrauensvoll aus dieser Welt hinaus und in die wirkliche Welt der Schönheit und Vergebung. Hinein Erlöser Vielen Dank.